Gehe ich direkt in den Spectator? Ich gehe in den Spectator. Enable Spectator True. So, rein da. Gucken wir mal, was die Spieler hier so treiben. Aha. Wer hätte es gedacht? Die Leute sind alle hier in einer gewissen Ecke. Warum wohl? Das heiß begehrte Ziel. You get this? Denote. Natürlich, denote. Man kennt's, ne? Bot sagt, es ist noch Platz. Bot sagt, es ist Platz. Wie gesagt, ich denke nicht, dass der Server voll wird. Dafür ist, denke ich, das Interesse zu gering. Mal da rennt er. Louis der Coole. Level 8. Wie cool würde er sein? Würde er den Sprung schaffen? Phil Level 1 ist auch schon hier. Phil! Was machst denn du? Oh, ne. Phil. Also, meine Videos hast du aber nicht geguckt. Dann machst du das nächste Video auf dem Main Channel. Tja, wenn ich das wüsste. Wenn Phil jetzt noch eine Sache macht, ne? Und zwar hier hinten hinspringt. Wo ist die Ecke? Wo ist die Ecke? Welche Ecke war das? Es gibt hier eine Ecke auf Island. Wenn du da reinspringst, dann bist du stuck. Es sei denn, jemand holt dich raus. Das ist in der Nähe von der Node. Ich weiß gerade nicht, welche Ecke das ist. Aber ihr kennt die Ecke. Denke ich mal. Einige von euch kennen die Ecke bestimmt. Aha. Er hat kein Stamina mehr. Der Supreme Dude. Wunderschön. Wir haben übrigens... Oh, damn. Wir haben übrigens auf dem Server wieder Kriege aktiviert, ne? Namen Brumrasum. Wir gucken uns gerade den Start vom Supreme Com-Server an. Vom Supreme Kai-Server. Äh, also Kriege sind wieder aktiviert. Theoretisch können die Leute sich gegenseitig Kriege erklären und sich einvernehmlich aufs Maul hauen. Ob das getan werden wird, weiß ich nicht. Bezweifle ich auch. Oh, da ist Phil wieder. Phil, Junge. Der allerlangsameste. So, wir gucken jetzt mal gerade, wie sieht's jetzt hier aus auf dem Serverus der Serverhaftigkeit. Ja, guck mal. Ist fast voll. Bisschen Platz ist noch. Hätte schlimmer sein können. So, ansonsten sollte natürlich euerseits das Interesse bestehen, auf diesem Server zu spielen. Der Server läuft unter den gleichen Umständen wie der Server, auf dem ich spiele. Ne, das bedeutet, ähm, es ist der gleiche, die gleiche Map, die gleichen Mods, nur die Settings sind minimal noch langsamer. Also, XP-Rate ist zum Beispiel hier nur auf X2, also nochmal einen Ticken lower als bei uns, äh, bei mir zum Beispiel. Ähm, dazu kommt, dass, äh, die Breeding-Raten sind X20, bei mir sind sie, glaub ich, X30. Der Hoster ist auch der gleiche, das ist richtig. Das steht ja auch bei der Connection-Message. Es ist mal wieder G-Portal. Das ist auch der Grund, warum der Server nicht laggt. Wenn wir jetzt auf einem Arc-Server wären, von irgendwelchen dahergelaufenen Arc-Server-Hostern, äh, dessen Namen ich jetzt nicht in den Mund nehmen würde, wollen würde, ne, dann hätten wir hier wahrscheinlich mit Rubberbending und mit Lags zu tun. Haben wir aber nicht, denn wir haben ja einen guten Server-Hoster, ne. Das heißt, selbst mit einer richtig abgefuckten Mod läuft dieser Server so, wie er zu laufen hat. Was passiert denn hier? Ja, Alter, die sind aber ambitioniert. Die wird direkt gebaut. Der Server ist fast voll. Ja, passiert. Type of Mensch ist hier dick am Start. Also, ich sag mal so, ne. Die Strände sind auf jeden Fall für den Anfang... ... ... ... ... ... ... ... Mit einer der interessantesten Orte und auch, äh, die, ich sag mal, die sichersten, ne. Der eine pflanzt ihm Foundations ins Gesicht und der andere fackelt ihn ab. Nicht schlecht. Tribe of Comedy Pur, könnte man sie auch nennen. Direkt am Spawnbau und sowas macht man doch nicht. Bei der Mod gar nicht so verkehrt. Das ist die Ecke übrigens. Och, Geralt von Riva. Tut mir jetzt so leid für dich. Er hat, er hat es gefunden. Genau die Ecke hier meine ich. So, pass auf. Das Problem ist jetzt, ich bin hier nicht als Admin tätig. Das heißt, ich nutze natürlich die Gelegenheit, um Geralt auszulachen. Ne, guck mal, Alex hilft ihm. Jetzt stehe ich halt doof da. Ich hätte ihn, äh, in zwei Minuten gedingst. Gekillt. Mit dem Cheat. Aber, naja. Guck mal, Alex ist hier ein freundlicher Gamer. Der hat ihn befreit. Ist das, hat der Manta ihn etwa da reingeboxt oder warum der Hass? Verwirrung pur. Aber die Spawngebiete, oh, 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 oh. Da wird einer vom, na, aber es ist nur ein Delta, ne? Er wird gejagt. Oh, oh. Restor. Lauf, Junge. Er hat kein Stamina, oder? Doch, er hat Stamina. Ich habe gar nichts ausgelacht. Er hat es überlebt. Ich hatte mir überlegt, ob, äh, oh, guck mal, Alter. Der Black, wie heißt der Black Hula? Ist der Level 67, Level 70 sogar schon. Hat aber einer einen vernünftigen Notrun gemacht, ne? Junge, Junge, Junge. Hier wird aber ambitioniert gebaut. Direkt am Strand aus Fetch. Warum so ein großer Fetch-Kasten? Aspects? Er plündert hier die Leute. Muss man natürlich aufpassen, ne? Geplündert werden. Es kann. So wie immer. Was geht? Wir gucken uns gerade ein bisschen auf dem Com-Server um, was der Staat sagt. Oh, a man of culture. Candela. Ob schon irgendwo jemand ein bisschen wilder unterwegs war? Im Sinne von, naja, jetzt vielleicht nicht gerade eine Fetch-Base, ne? Aber, sondern, hat einfach ein bisschen mehr Platz noch. Warum Island und nicht Ragnarok? Weiß ich nicht. Warum Salami-Pizza und nicht Schinken-Pizza? Warum beides? Das ist eine gute Frage. Weil Salami besser schmeckt. Siehst du mal. Ha? Island ist Salami. Und Schinken ist Ragnarok. Guck mal, hier ist tatsächlich die erste Person, die ein bisschen weiter weg gespottet. Ich hatte gehofft, ein bisschen mehr Tode beobachten zu können. Warum leben die Leute alle? Können die Leute sterben? Ist jetzt nicht böse gemeint, aber, können die Leute sterben? Der Typ vom Tribe die Anderen. Treib. Vom Tribe die Anderen. Der Typ und die Anderen Leute. Ich habe mir überlegt, ob ich hier irgendwas, ob ich in das Spielgeschehen eingreifen möchte. Das habe ich mir ja damals bei Primal 4 schon überlegt, ne? Aber irgendwie komme ich nie dazu. Ich denke mir dann immer so ein, so ein bisschen so ein ganz klassisches Admin-Getrolle. Wisst ihr, was ich meine? Aber, wenn man streamt, macht das irgendwie nicht so viel Sinn. Der heißt einfach LAL. Weil dann wissen die Leute ja, was los ist, ne? Beziehungsweise, potenziell wissen sie, was los ist. Gibt es einen Destroy-All-Player-Cheat? Ne, aber es gibt ein Destroy-All-Structures. Das hat damals mal ein Admin gemacht. Also ein Admin. Jemand gemacht, der bei mir Admin war. Und auch auf dem Server zuständig war. Da hatten wir noch ein anderes Admin-System. Ähm, und diese Person, äh, hat auf diesem Com-Server aus Versehen statt, äh, Destroy-My-Target, Destroy-All-Structures eingegeben in die Konsole. Und den kompletten Com-Server gewiped. Das war witzig, aber Fun-Fact, er ist nicht abgestürzt. Er hat einfach nur heftig's gelaggt. Also da war so ein ungefähr so ein, so ein 10-Sekunden-Lag. Und auf einmal, äh, war wieder gut. Als Admin die Live-Ass-Dynamo-Mod wäre witzig, denke ich. Hm. Ja, aber es auch, wie gesagt, wenn ich das streame, dann sieht man halt immer, ne? Gab's ein Save-Game? Ja, ja, es gab ein Save-Game. Wie kommt man in den Server rein, wenn man auf der PS4 spielt? Das geht nicht. PlayStation, PlayStation oder Xbox, die hat keine Mod-Unterstützung, da kommst du nicht auf den Server. Der ist ja gemoddet. Wie schreibt man das aus Versehen? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich möchte mal sehen, wie jemand schon so ein bisschen am Surviven ist. Also bis auf die Leute, die sich die Thatch-Bude gebaut haben, habe ich noch nichts allzu wildes gesehen. Also hier, Tribe of Mansion. Die sind halt einfach hier, die haben sich gedacht, okay, wir bauen eine Base aus Thatch. Und das, das haben sie getan. Mad-Brötchen, haben wir am Anfang schon gesehen. Ist dick unterwegs mit einem Bogen am Jagen. Oh ja. Los, Golem. Jeet. Nein. Er ist zu lahm. Jawoll. Da hat er eine Schelle gekriegt. Richtig schön in den Nacken rein. So muss das sein. Warum haben die alle direkt hier so Dingenszeug? Hier, äh, Supreme Armor. Was ist mit denen? Aber es ist so Gamer und ich nicht. Wir gucken mal, wer hat das höchste Level. Wer hat das höchste Level nach, sagen wir mal, circa 25 Minuten. Oh, Jeet Boas. Jeet Boas ist ein guter Name. Aber sortieren wir einfach mal. Können wir, warum kann ich nicht nach Level sortieren? Äh, 67, 67, 69, 72 ist der höchste aktuell. Und das ist, ne. Louis der Coole, Level 75, der höchstleveligste Player. Auf dem Server vom Tribe Triple X. Er ist also quasi Vin Diesel himself. Und er hat schon zwei Pieces von der Supreme Armor. Not bad. Oh, und Jeet will klauen. Jeet, wir haben dich im Blick. Du solltest das sein lassen. Tribe, hier baue ich. Okay, okay. Louis macht nicht so viel. Was haben wir denn, wenn wir nach Tribe sortieren? Der einzige Tribe, der aktuell hier unterwegs ist, ist Tribe of Mensch. Ich glaube, so eine andere Zusammenkunft gibt es noch nicht. Doch, Dark Devil gibt es noch. Hilde und Lupin. Lupin. Es gibt den Tribe Morlocks Go. Und ganz viele ohne Tribe. Also Solo Gaming ist groß auf diesem Server. Zock doch mit. Ich habe ja meinen eigenen Server. Interessant. Guck mal, hier wird auch die ganze Zeit die Spikewall abused. Aber will er sich jetzt wirklich mit einer Alpha-Schildkröte anlegen? Ist das nicht ein bisschen... Oh, das hättest du besser nicht gemacht. Eieieiei, Junge. Die Kopfnuss von der Schildkröte in sein Gesicht. Und die beiden haben einfach nur zugeguckt. Kann Luis dem anderen seinen XP joinken? Ich glaube, das geht nicht, ne? Okay, das war interessant. Und es ist auch schon wieder vorbei. Er war meint. Welch, welch, welch glorreicher Kampf. Nicht. Was macht denn Tribe of Mensch? Warum seht ihr immer so doof aus, wenn ich zu denen komme? Oh Mann. Das ist aber auch einfach dieses Charactermodel. Das strahlt halt pure Blödheit aus, ne? Dann kommst du da hin und der... Was wäre noch interessant? Ich kann halt nach nichts Besonderem gucken, ne? Das ist das große Pum... Wo will er denn hin? Halt, stopp! Ist reißig, du Schwein. Du kannst hier nicht mit dem Raft so dermaßen durch die Gegend hieten. Ja, ja, ja. Besser, dass du gehst. Der ist jetzt aber nicht ernsthaft hier reingefahren und wusste nicht, dass hier eine Sackgasse ist, oder? Das, 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 das... Das Water-Game wird big sein auf dem Server. Guck mal, Tim mit einem... Ah, das triggert ein bisschen, ne? Ich wollte sagen, mit einem fast echt guten, mit einem echt guten Raft, aber... Ja, nee, das ist nicht geliebt. Hallo, hallo, hallo. Hä? Wieso konnte ich die jetzt hören? Hat er berügt doch gesprochen? Oder hat er einfach hallo, hallo, hallo gesagt? Nur noch besser als dein Raft? Mein Raft ist wunderschön. Hat er eine Truhe versteckt unter der Falltür? Nee, das benutzt er, um auf das Raft zuzugreifen. Dann machst du die Falltür auf und dann setzt du dich drauf. Und so kommst du von unten wieder rein, weißt du? Dann schwimmst du unter das Raft und drückst einfach E und dann bist du in der Falltür hier drin. That's the way. Mal gespannt, ob wir wieder Vorfälle von Diebstahl haben werden. Ich spreche es an der Stelle nochmal aus. Denkt dran, macht eure Häuser zu. Ich hatte immer auf den, auf den, auf den, auf den Com-Servern gab es andauernd immer das Problem, dass Leute sich dann beschwert haben, dass sie beklaut wurden, aber es auf der anderen Seite noch nicht mal hinbekommen haben, eine Zue Base zu bauen, sondern einfach irgendwo ihre Werkbank hingestellt haben und sich dann gewundert haben, dass da Leute reingefingert haben. Also ich meine, ja, ist scheiße, aber wenn du so eine kleine Hütte, kann man doch erwarten, oder? Was macht denn Geralt? Steckt der immer noch im Stein fest? Nee. Geralt ist mittlerweile hier. Ich habe noch niemanden gesehen, der irgendwie... Wir machen mal eine Überfliegung. Wir gucken einfach mal, was wir so finden. Aha. Tex goes eat. Tex gleich tot. So ein Dilo, damit ist nicht zu spaßen. Man sieht, der ist auch schon huge, ne? Ist da nichts mit... Oh, 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 oh. Das war es, glaube ich, für Tex, oder? Was macht der? Hä? Fuck. Oh, 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 Tex. Jetzt aber schnell. Jetzt aber ins Wasser. Oh, aber der kann länger schwimmen als du. Oh, zum Glück ist er dumm. Ei, da geht er down. Tex. Level 56. Tot. Und gefressen. Und der Gewinner ist dieser Piranha. Es fehlt nur noch, dass er sagt, ich habe gar nichts gemacht. Ich habe nur einen Mensch gegessen. What the fuck? Das ist wild. Ein Dodo mit dicker Brust. Aka Truton. Wann wird dieser Spino jemanden killen? Wenn er die Spikewall gekillt hat anscheinend. Wir fliegen weiter. Ich habe ein bisschen Schiss, dass ich mich durch irgendwas... Dass ich durch irgendwas gespoilert werde. I hope not. Ich habe übrigens den Dino-Count auf dem Server mal ein bisschen hochgedreht, weil ich dachte mir, höherer Dino-Count gleich höherer Spaß. Also potenziell wird den Leuten hier ordentlich der Ass aufgerissen. Denn es wird gut Dinos geben. Oh, guck mal einer an. Die anderen haben sogar schon einen Gacha, der hier ordentlich am rumkacken ist. Und einen Gacha-Collector. Das ist aber auch jetzt nur der Typ. Also vielleicht gibt es von den anderen sogar noch mehr als nur ein Typ. Man weiß es nicht. Infos zu dem Server gibt es wie immer im Discord. Da ist Kategorie A Com-Server. Da ist der Channel Supreme Info, wo alle Infos sind. Und der Supreme Chat, wo ihr rumchatten könnt in Bezug auf diesen Server. Das ist so das Ding, was ihr machen könnt, um euch da zu informieren. Oder Dinge zu machen. Holy cow, Alter. Wie bist du denn? Alter, Mann. Da war alles kaputt. Gar nicht genauer hingucken. Ich will nur wissen, wo unsere Spieler sich so rumtreiben. Wie komme ich auf den Server? Ja, einfach draufjoinen. Also, wie gesagt, im Discord ist sogar einfach ein Link, wo du nur draufklicken musst und du connectest auf den Server. Also, einfacher ist es kaum möglich. Ist Cave-Building doch disabled? Was heißt doch disabled? Naja, es sind die Dingens, die Island-Caves, die wo die Artefakte drin sind, die müssten disabled sein. Weil man will ja eventuell die Artefakte sammeln und Bosse machen, ne? Und wenn da Leute immer in den Artefakt-Caves bauen, dann kommt man halt nicht an die Artefakte dran. Und nein, den Leuten, die fragen, die reinzulassen, damit sie das Artefakt looten können, lasse ich nicht als Argument gelten. Weil die Leute, die sowas als Argument droppen, die sind die, die am wenigsten spielen. Ja, brauchst du nämlich nur, ne? Da muss nur Tom, Jerry und Tex Avery irgendwie sich denken, ey, wir machen heute Boss-Fight. Uns fehlt nur noch das eine Artefakt. Und in der Höhle, wo das eine Artefakt drin ist, da baut halt der Jeremy. Und der Jeremy, der darf heute nur bis 21 Uhr spielen, weil die Mama sagt, Jeremy, heute nicht länger. So, ne? Und dann denkt sich Tex Avery, Crash Bandicoot und, keine Ahnung, Boba Fett. Ja, kacke. Können wir jetzt keinen Boss-Fight machen, weil der Jeremy nicht mehr spielen darf. Und wir kommen nicht an das Artefakt dran. Und ist ja Offline-Protection, ne? Denn Offline-Protection gibt es. Ja. Ähm. Darauf einen Schluck. Uh, wir haben sogar einen Fortnite-E-Girl auf dem Server. Das ist ja wild. So. 70. 72. 70. 72. 72. Ich glaube, so 74 ist aktuell das mit das höchste. Oh, ne. 76. Timo Leo vom Stamm Timo Leo. Und Luis. Luis und Timo Leo sind die, die, äh, die besten Node-Runs gemacht haben. Timo Leo. Enttäuscht mich nicht. Er ist nackt. Wild. Gut, ich wurde enttäuscht. Wo könnte man noch Leute finden? Mal hier haben wir... Ach, ach, guck mal. Wollt ihr hier bauen, oder was ist das? Scheint so, ha? Erst mal Base-Bot-Claim hier. Äh, 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 äh. Na, hier sind's ja halt alle am Strand, ne? Hier ist ein bisschen ruhig, muss ich sagen. Beziehungsweise, wo sind die Leute? Ich hab gerade gehört, äh, Server ist angeblich voll. Aber wo sind denn die Leute? Server ist voll. Ihr habt recht. Aber wo sind, wo sind denn diese 70 Spieler? Oh, guck mal, hier ist Delta-Hide-Heaven for free. Dodos, wie Sau. Ist schon jemand auf Herbivore? Ah, guck mal einer an. Ah, Kischa. Wird gefarmt, aber nicht gebaut. Hier wird auch... Oh, guck mal, das erste Raft, was gelowerte Foundies hat. Aber ein bisschen zu low. Wenn's so aussieht, ist es schon wieder hässlich. Die sind eine Etage zu niedrig. Müssten einen Ticken höher, würde ich sagen. Check mal das Meer. Ich denke, das Wasserplay ist stark. Ja, ist es auch, absolut. Die Leute werden alle rumraften. Wie Sau. Aber trotzdem müssen sie ja irgendwo am Anfang anfangen, ne? Uh, ob Leute wohl in den Underwater-Caves bauen werden? Ist halt anstrengend, das da rein und raus zu bekommen, ne? Oh mein Gott, was hab ich denn da... Oh, holy. Ich darf mich nicht umdrehen. Das war ja ein absolut wilder Spoiler. Holy shit, wer war er denn? Habt ihr das gesehen? Ich hab nur kurz hingeguckt. Uh, warum? Wartet. Ich muss mir die Augen... Ich zeig's euch, aber ich halt mir die Augen zu. Seht ihr's? Und wieder weg. Da war irgendein ganz, ganz wilder Rex. Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Aber, äh, ich werd mich da noch ein bisschen, äh... Ein bisschen zurückhalten lassen, dass ich nicht zu viele Informationen bekomme, was das angeht. Hier ist auch noch niemand, ne? Also ich kann mir vorstellen, dass hier halt bald ein paar Leute rumeiern werden. Einfach, ne? Weil, ran zum Schneebio, im Öl, etc. Bla. Wo sind die denn alle? Okay, pass auf, wir klicken uns durch. Oh! Lol, die hab ich nicht gesehen. Warte mal, sind die da, wo ich denke? Yo! Ah, guck mal, wer hat sich denn hier den... ... für den Spot geclaimt? Ist kalt? Scheint ein bisschen kalt zu sein, ne? Interessant. Aber gut, die Gamer, die... Die haben sich gedacht, wir machen das auf ne harte Nummer. Der ist ja ein Feini. Wichtiger Spot, den kann man gut benutzen. Den Beam-Spot. Den würd ich nicht Beam-Spot nennen. Eigentlich haben wir das damals immer so gehandhabt, dass Spots nur nach Personen benannt wurden, wenn die Person das erste Mal da war. Oder, dass von vielen Leuten bekannt war, dass sie da war. Aber das war Gatos Ding, mit dem von vielen Leuten bekannt. Bei Gato hieß damals jeder Spot Beam-Season dies, Beam-Season das, Beam-Season das. Aber es ist kein Special-Spot. Seien wir mal ehrlich, das ist mit so einer der absolutesten... Jeder kennt ihn normal, halbwegs vernünftigen Spots, würd ich sagen. Oh! Wird hier etwa die erste Biene gezähmt? Oder auch nicht? Was passiert? Bogen kaputt? Haben wir den grad eben nicht schon mal equit gesehen, den... ...den...den...den...den Black-Cooler? Wann, jetzt mach aber mal hier, los! Black-Cooler. Enttäusch uns nicht, wir wollen jetzt was sehen. Ja, besser ist, ne? Ein bisschen Anlauf und dann den Bogen. Dann passt das. Wie kann man sich 1, 2, 3 nennen? Indem man ein ARC-PVP-Gamer ist. Die nennen sich alle 1, 2, 3. Also zumindest, wenn sie undercover sein wollen. Ja, mach Huda, jetzt streng dich mal an! Hier gucken Leute zu. Was macht er jetzt? Unsichtbaren Speer zustechen. Rein da jetzt! Wir gucken heute nicht nur Com-Server, ne, ne. Wir gehen auch auf meinen Server gleich. Aber ich dachte gerade am Anfang kann man ein bisschen was spann... Was ist hier passiert? Lol, die wurden gewiped! Von was? Oh mein Gott! Da, das Raft von den anderen wurde versenkt und wir haben es nicht gesehen. Sogar der Gatscha ist tot! Eskalation! Und keiner hat es mitbekommen von ihm hier. Er hat für Zerstörung gesorgt. Resource, Gatscha, dead! Oh oh! Ich glaube, der ist tot. Ja, gut. Wollte gerade sowieso zu den anderen gehen. Tim! Oh, Tim hat ein Delta-Dodo getamed. Wird er das geschafft? Kann es sein, dass man Delta-Dodos eventuell mit normalen Bären zähmen kann? So als, dass die quasi Tier Null sind? Oder hat er einfach schon eine Rare Flower gehabt? Eine Delta Flower? Und damit kann man die Dodos tähmen. Oh, ich könnte mir auch vorstellen, dass man Delta-Dodos vielleicht mit normal Flowers tähmen kann. Oh, ah, guck mal hier. Wir haben einen Hotspot gefunden. Carnivore-Insel. Äh, Herbivore-Insel. Hier tummeln sich die Gamer rum. Das war zu erwarten. Hier ist halt Free Metal, ne? Für den Anfang die einfachste Methode, an Metall ranzukommen, ist definitiv Herbivore. Ich hätte mehr Progress erwartet von den Leuten. Oh, hier baut sogar einer. Oh, ich sag dir mal aber folgendes, ne? Hier, wie ist dein Name? Lost Player. Vielleicht müsstest du ein paar Foundations verteilen. Zumindest, damit ihr das Loch hier auch gehört, ne? So bis hierhin vielleicht ein paar Foundies. Damit jeder weiß, wie es ist. Und den Baum darf man übrigens nicht abreißen. Es sei denn, man heißt Neon Fire. Weiterhin. Oh mein Gott. Was ist das denn hier für ein farbenfroher Disco? Kollektives Rulpdog-Mobbing. Warum ist noch niemand hier? Oh, doch, da ist jemand. Servus. Oh. Den hat sie umgehauen beim Metallfarben anscheinend. Ist an kompletten Berg runtergefallen. Wo sind die ambitionierten Ice-Gamer? In Redwood wird sich niemand reintrauen. Redwood ist viel zu heftig. Die haben alle so früh schon ihre Heidrüstungen, ne? Ihre Supreme-Heidrüstungen. Oh, shit. Hier wird direkt wieder überambitioniert gebaut. Nicht so viel Think Big machen. Eher Think Efficient. Erstmal eine kleine 2x2. Bisschen Metall schmelzen und so. Dann upgraden. Dann ist das Farben auch einfacher. Dann schaut man direkt die ganze Zeit, wie ein Beklopter mit den Steinwerkzeugen hier am rumfarmen ist, ne? Naja. Vielleicht sollten wir später nochmal wiederkommen. Und jetzt einfach erstmal selber spielen gehen. Irgendwann später. Oh, da. Ja, wird er eingesperrt, Junge. Die machen das auf eine sehr primitive Art und Weise. Vor allem mit einer Metal-Pike einfach, ne? Eieieiei. Viel Spaß dabei. Aha. Schnee-Bio und was los. Der Doodle-Mann. Natürlich. Wieso alle sich diese Large Rafts bauen. Holy. Okay. Oh damn, what the fuck. Da ist eine Brute Mother. Ansonsten, wie erwartet, spielt sich sehr viel auf dem Meer ab. Yeet. Raft. Wie das der Herr ruckelt. Gluck, 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 gluck. Sieht super weird aus im Spectator. Denkt dran, eure Häuser zuzubauen, ne? Wenn ich mir das hier angucke. Hier ist alles, sieht sehr joinkable aus. Äh. Ich werde aber jetzt Schluss machen, Mannequins. Und, äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.